Als nächstes würde ich den Kartoffelschinkenrösti vorbereiten. Balena heißt die Sorte. Das ist eine festkochende Kartoffel. Ist nicht so wässrig. Es hat einen leichten Mehlanteil, also einen mehlischen Anteil, aber sehr gut für ein Rösti geeignet. Ich tue das auch nicht ganz so fein reiben. Ich mache das ein bisschen grober. Das bringt den Kartoffelschmack noch ein bisschen weiter hervor. Ich würde die Zwiebeln mit runter reiben. Als nächstes würde ich den Speck schneiden in feine Streifen. Das gebe ich hier dazu. Das tue ich kurz durchrühren. Salz dazu und Pfeffer. Dann eine Prise Muskat. Dann würde ich das Ei, Jelb, unterheben. Ordentlich vermischen, damit die Bindung von der Kartoffel und dem Ei gut entsteht und uns der nicht auseinander fällt. So, gut. Die Pfanne erhitzen. Ich hätte die gesagt, in die Pfanne geben. Das auch erhitzen lassen. Und wenn die Temperatur der Pfanne erstimmt, die Rösti ausbacken. Bei mittlerer Hitze. Circa anderthalb bis ein Zentimeter dick. Also nicht zu dick, dann dauern sie zu lange, die Rösti. Und die Flüssigkeit, wenn doch Flüssigkeit sein sollte, in der Schüssel lassen. Also nicht bis in die Pfanne reinkommen. Circa fünf Minuten von jeder Seite braten. Wenn die erste Seite goldgelb ist, wenden mit einem Wender und die andere Seite auch für braten. So sollte das ungefähr aussehen. So, ich würde jetzt die Kartoffel-Rösti aus der Pfanne nehmen. Sie sehen hier, optimale Farbe von beiden Seiten. Ich lege die auf einen Küchenkrepp, damit das Fett nochmal aus den Rösti nochmal der letzte raus tritt. Ich lasse es in den Ofen nochmal ein kleines bisschen nachziehen. So auch ca. 10 Minuten. Sei auch du dabei. Heile dein Rezept auf TopfGuckerTV und nutze die Vorteile für deinen Erfolg.